Aufgrund des Brenns kommt es im Ortsgebiet von Markwartstein zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Markwartstein gegen 13 Uhr und 15 Minuten wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayensüterbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Freiweidacher Straße in Markwartstein, Landkreis Traunstein, gemeldet. Aktuell sind ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften vor Ort. Aufgrund des Brenns kommt es im Ortsgebiet von Markwartstein zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird nachberichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017